Das habe ich jetzt... Ja, ja, ich weiß, ich habe die Einheitgrenze erreicht, ich kann nicht mehr mehr bauen, äh, das geht mir auf die Nerven. Lasst euch Zeit, wir haben es nicht eilig. Halt echt, jetzt kommt... Oh, jetzt kommt... Jetzt kommen sie nicht zum Entkommen, oder was? Jetzt kommen wir nicht dazu, richtig Deutsch zu sprechen. Ich... Problem haben... Ich... Ich... Ich versteh... Ich... Ich versteh... Ich... Ich versteh... Ich versteh... Ja, geh mal, die Basis in die Luft. Schießen wegen Dietertode und so. Und kein Artefakt. Uuuh, geil. Okay, Moment, den überspeichern wir mal noch nicht? Den überspeichern wir... Also, HAT überspeichern wir erst mal nicht. Ich versuche zu entkommen. Ja, und was soll ich dagegen machen? Mission fehlgeschlagen. Was soll ich dagegen... Okay, mal überlegen, mal überlegen. Missionstimer aktiviert. Überlegen. Kann Lenzler in die Luft schießen? Das ist eine Rakete. Wahrscheinlich nicht. Denken wir mal nach. So, jetzt fahr ich wieder da runter. So, versuchen wir mal was anderes. Wir brauchen, dazu brauchen wir, dazu brauchen wir... ...Baufahrzeuge. Und zwar alle, die immer kriegen können. Habe ich nicht noch eins? Eins habe ich noch, oder? Habe ich noch eins? Ja! Schick los! Wo wollt ihr denn hin? Ihr sollt da runterfahren, ihr Idioten! Was soll denn der Scheiß? Okay, eins fährt jetzt mal... Gruppe 1, meldet! Davor. Gruppe 2, meldet! Zwei auch. Beschleunigen wir das Ganze mal weg. Sonst sind die Weihnachten noch nicht da. Und jetzt geht immer noch nur auf 1,5. Ich hasse euch. Gruppe 1, meldet! Wird ich auch. Wird ich auch. Verstärkungen sind eingetroffen. Hey, die kamen fünf Sekunden zu früh, oder? So, was habe ich zuletzt gespeichert? Speichern wir als nächstes. Gruppe 4, meldet! Ihr seid jetzt alle vier. Und ihr baut doch mal Lanzer. Ich will da jetzt was aus. Baut doch mal, bauen wir mal... Tung mit Mini-Raketen, Stellung, äh, Mercer, äh... Wir bauen Tester. Gruppe 1, meldet! Gruppe 4, meldet! Das ist ein Testversuch. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Es wird halt Zeitverschwendung jetzt sein. Aber wir haben ja nichts vor. So, ihr Vater jetzt... Oh, sag nein. Ah, fuck. Oh, da geht's nicht weiter. Wär auch zu schön gewesen. Scheiße. Scheiße. Geht's auf den Klohaufen, weiße. Oh, Vater, raus! 1, meldet! Gruppe 2, meldet! Oh, Gott! Konstruktion abgeschlossen. Gruppe 4, meldet! Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Wie das mal heuer noch was wird. Sonst wird es heuer nichts machen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ja. Geniale Feststellung. Ja, ich bin eben ein Genie. Da kann man nichts machen. 1, meldet! So, 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 reparier da. Repariert, ja, sie reparieren. Konstruktion abgeschlossen. Wir bauen nichts. Wir reparieren bloß die alten Sachen, die da schon kaputt rumstehen. Speichere ich nochmal. Ich speicher nochmal. Ich speicher da mal. So, jetzt fahrern wir da lang. Was ist da noch? Gar nichts. Konstruktion abgeschlossen. Halt echt nicht, ne? Halt echt nicht, geil. Geile Scheiße, das. Ingegäng, komm. Ich will wissen, ob da noch was ist. Was zum Kaputtschießen? Ja, ich weiß, dass die Einheitengrenze erreicht ist. Das braucht er mir nicht ständig zu sagen. 1, meldet! Toll, das ist wie zu Ende. Wie geil ist das denn? So, ich brauche eine relativ wertlose Einheit. Konstruktion abgeschlossen. Hallo, mein Freund. Ich hab da... Du bist so wertvoll. Ich hab ne ganz spezielle Aufgabe für dich. Du bist so wertvoll. Ach. Bauen wir sowas auch noch. Das wird zwar nicht in die Luft schießen können, aber egal. Noch 10 Minuten. Ja, ja. Konstruktion abgeschlossen. Da, baut sowas noch. Wart. Wo kommen die denn her? Was machen die hier? Was wollen die von mir? Was? Ach, dann ist es wohl langweilig geworden. Dann kommen sie mal runter, oder? Hä? Äh, hä? Ich kenne keine Ahnung, warum wir jetzt runtergefahren kommen, aber... Puh. Hier soll es recht sein. Mission 11. Oh, ich hab so wenig Zeit noch. Voll die Energieverschwendung. Konstruktion abgeschlossen. So, schauen wir, ob irgendwas davon in die Luft schießen kann. Ich hab's zwar nicht so eilig, ne? Wir haben heute nix mehr vor, ne? Puh. Lasst euch Zeit. Wir haben nicht irgendwie nur noch 8 Minuten 50. Jetzt fängt der Scheiß an mit. Der Kauter ist zu kurz. Und ich muss gehen. Geil. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Komm, fahrt zur. Ihr fahrt wie meine tote Oma, ey. Genauso scheiße. Naja, nicht ganz so schlimm. Okay. Panzer. Und er versucht wieder zu entkommen. Feind versucht zu entkommen. Ja, ist gut. Geil. Geil. Ich hab... Geil. Er wird einfach so recht. Ah, fick dich doch. Geil. Ich hab da ganz viele Raketen. Ich hab keine Einheit, die in die Luft schießen kann. Wie geil ist das denn? Konstruktion abgeschlossen. Geil. Keine meiner Einheiten kann in die Luft schießen. Oh Mann. Es ist zu hart. Echt, nee. Nee, ich glaub's einfach nicht. Ich hab Raketen und kann nicht in die Luft schießen. Fickt euch doch. Ihr seid solche Wichse. Oh Mann. Na komm. So. Neues Regie. Neues Regie. Schnell. Feind versucht zu entkommen. Was? Was? Mission fehlgeschlagen. Okay, ich glaub ich darf neu anfangen. Nein. Jetzt keine Lust mehr. Oh Mann. Ich hab Raketen. Ich hab... Ich hab alles mögliche. Aber ich kann in die Luft schießen. Fickt euch doch. Scheißdreck. Das war's für heute. Scheiße. Bis zum nächsten Mal.